Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic Boom Lurex Aufstieg. Wir befinden uns in Lurex Versteck. Oh mein Gott! Ja, nach einem schönen Part, der mit Problemen war wie einen Absturz. Ich musste da nochmal alles nur eins sagen, danke. Geht's jetzt weiter hier und wir müssen jetzt hier rennen und... Oh nein! Scheiße! Die Gießenwürmer waren schon immer böse. Oh Gott! Ich gebe den Lotschalter frei und dann überlebt ihr! Ein Speicherpunkt. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich mal ganz kurz einen kleinen Minikat reinpfeffer, weil ich finde, wenn wir jetzt schon zurückgekommen sind, will ich das einfach mal ganz kurz machen. Also kurzer Moment, Leute. Ja, ich bin wieder da. Ihr wartet und was hat der Chaos gerade gemacht? Und zwar habe ich gerade kurz das Spiel gespeichert und beendet. Ich muss ja speichern und beenden wählen, wenn ich speichern will. Und das geht bei Checkpoints leider nur. Warum habe ich das getan? Nicht aus Spaß, weil ich jetzt hier einfach mal aus Spaß einfach mal... Das machen wir jetzt, sondern nach der Sache mit dem Absturz. Das ist einfach nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Denn was, wenn das Spiel nochmal abschmiert, dann, ja, werde ich richtig sauer wieder. Und dann muss ich alles nochmal spielen. Und das wäre keiner. Und deswegen nur meine Notspeicherung ist das. Das heißt, alles, was wir jetzt gemacht haben, ist gespeichert für, ja, eine ganze Weile. Und wir können jetzt in aller Ruhe weitermachen. Rätsel Nummer 1 gelöst. Schalten wir das nächste ab, hier drüben. Okay, ich kann den Notschalter freigeben. Ab da müsst ihr die Sache übernehmen. So. So. Nochmal. Perfekt, wir haben es geschafft. Da ist nix. Aber jetzt ein Laser. Wow. Man kommt ja gar nicht einfach um die Runde. Hey. Ne. Man lässt mich das nicht. Ich bin wahrscheinlich nicht gut draufgetreten. Ja. Da unten ist doch was. Ich bin doch nicht blöd. Da unten ist doch was. Hier ist nix. Wir müssen aber den letzten Schatz noch finden. Hier ist nämlich noch ein einziger im Umlauf. Wenn wir den finden, dann kann ich jetzt gerne was gehen deaktivieren. Amy, komm mal her. Ich hab gehört, du magst es gerne für mich Sachen zu erkunden. Du kannst jetzt gerne mal das zeigen, ob das auch wahr ist. rein mit uns. In die Höhle. Let's löwen. Okay. Okay. Und jetzt? Ach so. So ist das gemeint. Gut. Kann ich ja nicht wissen. Das heißt, uns fehlt nur noch das. Oh Gott. Ne. Ne, kein Bock mehr schon. Ich hab jetzt kein Bock mehr. Das ist der Veranstalter. Was erwarte ich? Sind wir wirklich? Wir sind... Wir sind... Team Sonic! Nicht Spaß. Da ist ja Amy dabei. Das ist... Da geht es leider nicht. Leider. Leider. Warte, warte. Ich mach jetzt dieses EP fertig. Meine Fresse. Ich hab jetzt vor Lyrics Aufstück hier offiziell zu beenden, wenn ich jetzt hier schon fast am Ziel bin. Ich bin ja fast am Ziel meiner Reise. Wie gesagt, am Ziel des Projekts. Ich meine, wir sind jetzt hier in Lyrics versteckt. Wir haben fast alles zusammen zu wollen. Wir sind fast bei Lyrics. Ganz ehrlich. Ich hab fast das geschafft. Mein Ziel. Ich bin kurz davor. Jetzt muss ich einfach nur noch durchhalten und es bis zum Ende bringen. So. So. Du. Und da, und. wo sind wir jetzt gelandet? scan on jetzt nix da geht es weiter, ich muss aufpassen jetzt könnte ich sein, dass ich das Tor runternehmen muss so ja, die Mitte halt, nein nein, Sonic das darfst du nicht ich darf es ja nicht wir sehen uns gleich wieder, Leute also wenn Dummheit weh tut manchmal ja, aber jetzt bin ich richtig, wo ich hin wollte jetzt kann ich das holen, was ich die ganze Zeit haben wollte die letzten Sachen jetzt geht's los jetzt auf Dummheit tut manchmal nicht weh meine Dummheit ist manchmal so richtig zum ausrasten wo ist die letzte Krone die wir gesehen haben ey, wir müssen mal ran ich glaube, die kann das besser yep dass die Krone nicht haben wollte wenn Dummheit nur weh tun würde meine Dummheit ist manchmal echt so scheiße vollbremsung vollbremsung ich habe das im Drift ich schaffe das oh Gott yes es ist gefährlich ja, auf Gottes Willen langsam kriege ich korre davon oh Gott, nein oh Gott Krone ich glaube, ich warte da drüben nein noch mehr Bastarde, nein es ist nicht so egal Nackels ist der stärkste, sondern nicht ich will hier weg ja, ich soll nicht zerstören sie alle mit seinem Supermove des Todes ich habe über 100.000 Schrottteile ich bin krass ich bin dran muss nur die Plattform aktivieren ich habe hier drauf das sieht doch einladend aus sogar sehr einladend nicht wirklich perfekt wir können da durch Scanner on er musste gerade nesen erst mal schauen da wird irgendwas verteidigt oh Gott ich sehe es schon kommen so funktionierst du also so und bam ah was So, kann ich das nicht machen. Nächster. Beschäftigt er immer. Ich kümmere schon schnell um das Geld hier. Bandit. So, na dann. Ich kümmere dann noch eins. Jep. So. Komm her. War es der letzte? Natürlich noch nicht. Oh Gott. Komm her. Können wir uns jetzt eigentlich beenden, das Thema hier? Die Gegner nerven. Na. Das Ding ist aber immer noch gesperrt. Das heißt, wir werden den Scheider noch finden müssen. Orten wir ihn. Denn er kann überall sein. Da ist er nicht. Vielleicht da oben. Der Scheider dafür. Der könnte überall versteckt sein. Wir werden den auch finden. Den Schatz hab ich noch nie geordnet. Hier kann man her. Was? Aktivieren. Ich geh einfach runter. Hält mich ja niemand davon ab. Und gib mir einfach gleich den letzten Schatz. Nice. Und da haben wir doch das, was ich wollte. Wir können da hin. Die Truhe in dem 8. Die 2 Kronen fehlen uns noch. Dann haben wir alle zusammen. Die 100% ist jeden Moment geschafft. 2 Kronen. Und dann ist das vorbei. Das ist einfach nur eine Sperre. Die sollte uns verarschen. Aber hey, sie hat es nicht geschafft, ihr Ziel zu erreichen. Sie hat versagt. Perfekt. Perfekt. Das liegt doch wie geschmiert. Ist hier noch eine Krone oder irgendwas, was wir finden können? Jetzt, weil ich jetzt weitergehe, gibt es kein Zurück. Oh, die letzten 2 Kronen sind da hinten irgendwo. Ich vermute es mal. Da unten geht es auch lang. Na dann, ich bin bereit. Here we go. Jetzt kommt das Spiel. Und da kommen jetzt die Würmer. Tritt meine Reste, ich aß mal am Arsch. Oh Gott. Oh großer Gott. Das wird jetzt ein Suchspiel. Wir suchen einfach mal alles. Was macht ihr da? Wir jumpen. Siehst du es nicht? Oh. Stimmt. Wie kann ich das so blöd sein? Ich zerstöre einfach alles, bis wir die letzten 2 Kronen gefunden haben. Die irgendwo noch versteckt sind. Wir haben als gehen alle Verstecke der Kronen ausfindig gemacht. Die erscheinen dort sein, wo wir es am wenigsten erwarten. Aber es ist noch nicht bei Loic. Ah, fast. Oh Mann. Die geben auch nie auf. Nimm das. Ich hab das Tor geschlossen. Ich hab etwas getan. Ich hab das Tor geschlossen. War das gut? Hab ich was Gutes gemacht? No. Ja. Wir sind beste Freunde. Du hast uns gerettet. So. Dann wollen wir mal. Hier wird der nächste Speicherpunkt sein. Weil ich glaub das war der Weg zu Loic. Wenn das der Weg war, der zu Loic führt, dann sind wir fast am Ziel. Nehmt mir wirklich auf die Nerven. Wenn ihr mich aufhalten wollt, kommt und tretet mir gegenüber. Ja. Das wirkt zu 100% zur Loic. Wo die letzten 2 Kronen auch sind. Wir werden sie finden. Und das im nächsten Part. Also, Kommentare werden nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Und Emerald Control. Schwoll. Schwoll.